herzlich willkommen zum let's play dirt showdown heute am freitag da ja rollercoaster 3 mich damals angekotzt hat gibt es heute das hier so wir fahren transporter das ist scheiße auch so strecke ablehnen oh mann transporter ja nehmen wir den fort der ist gut und hier den dragon skin und jetzt wurde ich angeschrieben und das ist mir jetzt egal ja und da wurde ich schon wieder angeschrieben und es ist mir immer noch egal denn ich nehme jetzt auf und fahre synchronisierung und los geht's action gibt es jetzt hier und jetzt gibt es auf zu fressen mit der auto weißt du bescheuert boom 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 kaputt dregern transporter das ewig nicht mehr gespielt habe ich habe voll voll koppeln in der Hände und wollte das unbedingt wieder zucken und deswegen gibt es das jetzt und jetzt bin ich auf all der aufnahmemethoden umgestiegen und ist alles möglich bei diesem spiel ja und jetzt gebe ich gas und gas und gas und gas und verlos so ach so flacke holen flacke holen flacke holen flacke holen flacke holen aber wie komme ich denn da hin hoffentlich komme ich hinten durch ja komme ich ja klar kann ich die auch behalten oder auch nicht ja komm nein oh ich dachte schon ich dachte schon ne 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 das ist meine flacke so das ist meine flacke und die hole ich mir als das ziel da hinten ja da hättest du anders reagieren müssen aber nicht so so jung ja und ach scheiße wie komme ich denn da runter hier hinten rum ne das kenne ich ja nicht mehr so gut aus ich habe das ewig nicht mal oh da geht es noch nicht rum verdammt aber ich fahre nur noch zu zweien das ist aber langweilig das ist doch richtig langweilig zu langweilig ich glaube es ja gar nicht wie langweilig das ist aber es ist mir scheißegal denn ich hole mir die flagge und ich schaffe die ins ziel wo ihn kein anderer mehr mitfährt ja vielleicht holt er die sich oben das ist ein bisschen abwechslung wieder mit dem spiel ok damit habe ich nicht gerechnet wo ist denn der andere wo ist der andere wo ist der andere wo ist der andere oh hat sie und er bringt dir zum ziel die karte äh die flacke keine karte ja na klar oh scheißdreck bin ich jetzt dran hängen geblieben komm da kann man sogar rückwärts hinfahren und das macht nichts aus wo ist der andere hat er jetzt schon aufgegeben oder was du kannst egal sein so ich würde sagen womit jetzt mich doch hoch ja vom von einer seite hoch und dann hole ich mir die dann hole ich mir die die der andere macht ja gar nichts oh scheiße oh man 48 sekunden noch das ist ja langweilig nur zu zweit also beziehungsweise nur alleine ich bin jetzt zu blöd da hoch zu kommen oder was wirst du mich verarschen ja ja für wie lange zwar für ewigkeiten schon wieder da oben ja das wird nichts mehr das wird nichts mehr tja du habe ich versagt oder habe die kille versagt die kille hatte mich dumm was nicht gekillt wie schade ist das denn wo das ist ja gar nicht wahr oder was warum rede ich so komisch man weiß es nicht so da warten wir mal auf die nächste runde denn ich würde ja auch noch alle abziehen das wisst ihr ich muss ja beweisen was ich kann na man kann dir auch mal einen chat schreiben zum beispiel herzlich willkommen bei phillipsfilm man könnte man machen muss man aber nicht auch mache ich kann ich auch schreiben phillipsfilm jetzt let's place youtube so was machen wir jetzt smash and grab ja das ist jetzt ja karte flacken ich kann das schnappeln und wegschaffen denn immer weil der gut ist ja wir nehmen alle den fort mustang weil wir das jetzt im guten philip gesehen haben und deswegen müssen wir alle den fort nehmen hm der fort ist aber auch eins der beste das muss ich schon sagen das ist eine geile karre geile 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 karre ja ja so ist es ja ja man glaubt es kaum man glaubt es kaum dragon 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 oh das leute beziehungsweise gegen sieben leute ist jetzt schwerer zu fahren als gegen null ne weil killer ist ja bobby er kann ja nix nichts kommen wir konnten wurde zur seite gucken halt nee nee das ist meine karte meine flacke wie bereits erwähnt das ist meine flacke heiße scheiße ja wenigstens ein paar punkte schon mal gemacht oh fuck was war denn das jetzt nee gott 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 die krieg ich die krieg ich vor dem zu lange inner bis mit kinder rein fährt man so möchte sind so die fackel ja 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 macht mir mein auto die kaputt das verurscht noch ich habe den lang gefahren ich habe die nicht alter er hat nicht das gemacht was ich dachte schon wieder nicht das gemacht was ich dachte scheiße ich bin nur platz 4 ach du kacke ach du scheiße ich musste auch die flacke kriegen ja das kann doch gar nicht sein das ist ja lasst mich doch mal menschen muss mir ja nur noch ein date eingeparkt oder kommt die die jetzt ist meine jetzt ist meine als nächstes krieg ich dir das nächste krieg ich dir soll ich ja ich hab sie nicht als nächstes kriegt aber ich krieg dir jetzt auf jeden fall ich hab sie doch angetatscht das kann doch nicht sein wer hat denn die jetzt komm 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 doppelte punkte fuck nein scheiße ja nö nö ach nö ach nö nur weil ich den rückwärts angefangen habe dann werde ich noch platz 4 platz 4 jahre gut mit was oliver laps teilen uns die halt mit oliver laps ist mir bewusst ist mir doch bewusst mal sehen was das nächste kommt zeitlicher müsste man das eigentlich noch schaffen 11 minuten jetzt ja 500 fans ja fast level fast so nur kurz gucken und dann wende der motor was gibt's na was gibt's speed skirmisch was wollen das ach mit dem punkt nach vorne ach das geht schnell das geht ja schnell das geht ja schnell das können wir noch machen ich lehne die disipline nicht ab better see alle bereiche klingt nicht so schön yokohama docks container ja das ist geil das ist geil das schaffe ich das wird super spitzen mega rich warte mal da habe ich irgendeinen anderen immer genommen welchen hatte ich den da ja den hier hatte ich da nehmen wir den und zwar das hier Saturn Sky Saturn im Himmel Saturn Sky Saturn Saturn Ein Saturn Himmel Sky Sky Saturn Sky 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 whoever Was erzähle ich denn diese Scheisse kann doch nicht schon wieder Es gibt mir gar nicht und streitсь durch- ich doch über die roller Meiller ja klar habe ich is gonna die Roller von débach Undine Also Roller Roller Dann habe ich mich perpet haben um Heicher zu govern N Ein С ejemplo E ALL sabemos oder ş Links rum, links rum fahre ich. Links rum ist wichtig, ist wichtig. Oh, ein Flugzeug. Ja, manchmal fangen wir doch nicht weg, Mensch, Nils. Wo ist denn das? Och, wenn wenigstens ein Checkpoint noch erreicht. So. Mensch, das hat mich doch gerade schon gestört, der Web-Wixer hier, du, all so, du, nee. So. Gibt es keine extra Punkte hier, fliegen, Airtime oder sowas. Was ist denn jetzt der Nächste, der da drüben, ne? Nehmen wir den hier. So, und jetzt den da hinten. Okay, das war jetzt mies. Und jetzt ist der bestimmt ganz am anderen Ende, oder? Nee, da ist der drüben gleich. Du Wichser! Du, 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 wildes Stück Schiss, ey. Ich hätte das erstes gekriegt. Du kriegst ihn nicht. Du kriegst ihn nicht. Nee, 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 ihr kriegt ja keiner was. Ich hätte den vor, den komischen Al-Sondo. Der hat mich zweimal gestohrt, gleich am Anfang. Dann gleich irgendwo zwischendrinne. Und dann überall. Und dieser Arschkopf. Und das ist scheiße, was der macht. Und das kotzt mich an. Und das habe ich gewonnen. Al-Sondo. Nee, erster Wurst. Nies, der mich gehört. Und dann zwimmert der Al-Sondo. Al-Sondo. Ja, gut. Dann danke ich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns also am Montag wieder zu Let's Play Watercastle 3 oder morgen zu Let's Play Together Minecraft. Bis denn. Und wir haben jetzt, wie viele Punkte bekommen? 650 Fans. Ist das Level 22? Nein, schade. Tschüss, bis zum nächsten Mal.